Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Mit Justin Hekerin haben wir im Sommer einen durchaus interessanten und jungen Torhüter verpflichtet für 180.000 Euro vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Bei RWO hat er vergangenen Saison 37 Mal gespielt, in denen er lediglich 34 Gegentore kassierte, zwölf Mal wählte auch eine weite Weste und konnte sogar ja auch ein Tor erzielen. Sprich, Potenzial ist bei dem jungen Mann auf jeden Fall vorhanden. Jetzt ist er ja zu uns in die erste Bundesliga gewechselt, doch sein Platz ist eigentlich weiterhin in der Regionalliga West. Wenn es nach Hekerin selber geht, handelt es sich dabei aber nur um eine Momentaufnahme. Denn gegenüber der Watz erzählte der 21-Jährige, wie er sich seine Zukunft bei Schalke vorstellt. Ich bin nicht gekommen, um für immer in der U23 zu spielen. Ich möchte irgendwann einmal die Nummer 1 bei Schalke 04 werten. Frank Kramer hat sich ja schon für die kommende Saison ganz klar festgelegt. Unser Neuzugang Alexander Schwolo ist die Nummer 1 und als Nummer 2 ist Routinier Ralf Fährmann vorgesehen. Doch die Zukunft könnte logischerweise Hekerin gehören, der aber auch nichts überstürzen möchte. Ich kann auf meine Chance warten und dann muss ich da sein. Generell gibt es ja für den Youngs auch einen Vertrag bis 2025 und damit wird man ihm auch ein bisschen Zeit geben, sich in Ruhe zu entwickeln. Und natürlich könnte es dann passieren, dass es eine ähnliche Entwicklung gibt wie bei Alexander Nübel. Den haben wir 2015 aus der 6-klassigen Westfalen-Liga geholt vom SC Paderborn 2 und 3 Jahre später hat sich der Ralf Fährmann verletzt. Es gab die Chance Nübel und er hat sie am Ende ja auch genutzt und logischerweise kennt auch Hekerin diese Entwicklung. Daran kann man sehen, wie schnell es gehen kann. Man muss nur ruhig bleiben, gibt der Nachwuchs-Torwart aber auch zu bedenken. Verglichen mit seinen Keeper-Kollegen bei Schalke, aber er aber am wenigsten Druck, schätzt Hekerin, schließlich sei er auch erst 21 Jahre alt. Und ich finde, so wie er sich ausdrückt, ist das auch genau richtig so. Es wäre natürlich auch komisch, wenn er eben nicht mit dem Ziel nach Schalke kommt, irgendwann die Nummer 1 auf Schalke zu werden. Aber er weiß natürlich auch um die klare Hierarchie und eben auch, dass es erstmal wichtig ist, in der U23-Spielpraxis zu sammeln. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anna Lüschalker Anna Lüschalker